Liebe Zuschauer, heute beginnt für viele Muslime die wichtigste Zeit des Jahres, nämlich der Ramadan. Einen Monat lang dürfen sie tagsüber nichts essen und auch nichts trinken. Wichtiger jedoch noch als das Fasten, sich auf das Wesentliche besinnen und sich als Mensch auch weiterzuentwickeln. Bei mir zu Gast ist jetzt der Sprecher der Ahmadiyya Muslim Jamal Gemeinde, Fasal Ahmad. Habe ich das alles richtig ausgesprochen, Herr Ahmad? Perfekt. Wunderbar. Ja, es gibt fünf Säulen im Islam. Der Ramadan ist eine Säule. Was sind die anderen Säulen? Die anderen vier Säulen sind das Glaubensbekenntnis. Die zweite Säule ist das Gebet, dass man fünfmal am Tag das rituelle Gebet verrichtet. Die dritte Säule ist, dass man einmal im Leben nach Mekka pilgert und die vierte oder beziehungsweise die fünfte Säule ist, dass man Bedürftigen durch Spenden etc. unterstützt. Herr Ahmad, wir sehen gerade ein Glas Wasser, von dem haben Sie auch noch getrunken. Ihr Ramadan beginnt erst morgen. Das ist richtig. Das fängt damit zusammen, dass der islamische Kalender ein Mondkalender ist und der Ramadan beginnt damit, dass man den Mond gesichtet haben muss. Und dafür gibt es diverse Formeln und wie man das berechnet und nach der Berechnung unserer Gemeinde kann man mit dem Ramadan erst morgen beginnen. Okay, das heißt ab morgen sind Sie dann also auch dran. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dürfen Sie weder essen noch trinken. Ramadan liegt, wenn ich Ihren Mondkalender richtig verstehe, dann natürlich auch nicht immer zur selben Zeit. Das ist richtig, weil der Mondkalender eben ca. elf Tage kürzer ist als der Sonnenkalender, verschiebt sich der Monat Ramadan, wie auch alle anderen Monate des Islam, immer um zehn oder elf Tage nach vorne. Das heißt, wir haben es jetzt im Hochsommer, vor einigen Jahren war es im Winter, das verschiebt sich immer jedes Jahr. Jetzt muss man natürlich auch sagen, also überall auf der Welt begehen Muslime den Ramadan. Das heißt, von Australien bis nach Island fasten Moslems zum Ramadan. Die einen müssen nur zehn Stunden fasten, die anderen 22. Das ist ein bisschen ungerecht, oder? Kann man so sehen, kann man aber auch sehen, dass halt der runde Planet das mit sich bringt und die Menschen richten sich danach ein. Es sind meistens die ersten drei, vier Tage, die ein bisschen schwierig sind, ein bisschen die Umstellung, aber danach gewöhnt sich der Körper daran. Wer fastet am Ramadan, wer fastet nicht? Grundsätzlich ist jeder Muslim verpflichtet, es gibt aber auch dazu Ausnahmen, zum Beispiel Kinder müssen nicht fasten, ältere Personen müssen nicht fasten, jemand, der auf Reisen ist, jemand, der krank ist, jemand, der sagt, ich habe eine derartig schwere körperliche Arbeit zu verrichten, dass ich das nicht schaffe, der ist dann davon befreit. Der ist dann dazu verpflichtet, für einen Monat die Speisung eines Armen zu gewährleisten. Ah, okay, es gibt sozusagen einen Ersatz dafür, wenn man das nicht wahrnehmen kann. Was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt? Gar kein Wasser, nichts? Kein Wasser, kein Schluck, man darf nicht essen, man darf nicht trinken, nicht rauchen, kein Geschlechtsverkehr. Und das sind die Sachen, die alles im Monat Ramadan verboten sind. Jetzt im Hochsommer stelle ich mir das tatsächlich ein bisschen schwierig vor. Also Mediziner sagen, man muss den Flüssigkeitshaushalt ausgleichen, man soll sehr, sehr viel trinken. Können Sie ohne körperliche Beschwerden das in dieser Zeit nach Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang nachholen? Geht das? Man kann das nachholen. Es gibt auch Personen, die wirklich etwas krank sind und sagen, okay, ich hole das nach, wenn die Tage kürzer sind, zum Beispiel im Winter. Grundsätzlich, wie gesagt, der Koran sagt, ich will euch nicht, oder Allah sagt, ich will euch nicht beschwert, sondern ich will euch erleichtert. Wenn es für jemanden wirklich eine derartige Bürde ist, dass er es wirklich nicht körperlich durchhalten kann, dann ist er, wie gesagt, davon befreit. Hat man nicht furchtbaren Durst? Der Körper gewöhnt sich daran. Also es ist mehr eine mentale Sache als eine körperliche. Und wenn man sich dann auch mit dem Koranlesen beschäftigt, damit beschäftigt, spirituell sich weiterzuentwickeln, dann ist man quasi auch abgelenkt davon, dass man immer daran denkt. Und dann geht es eigentlich. Wie viel der Ramadan ist das jetzt, Herr Amat? Da muss ich jetzt nachzählen. Ich denke, ich bin jetzt bei dem 18. und 19. Ramadan gelangt. Wird man gelassener? Haben Sie wirklich das Gefühl, dass Sie nach diesem Monat auch persönlich, menschlich einen Schritt weitergekommen sind? Das hat man wirklich. Also es ist ja wirklich nicht nur das Essen und Trinken, worauf man verzichtet, sondern das ist eigentlich nur mittels zum Zweck. Man soll ja auch andere Sachen sozusagen verzichten. Man soll wirklich weniger sprechen, mehr nachdenken. Man soll auch, wenn man wütend ist, jedem Streit aus dem Weg gehen etc. Man wird wirklich gelassener. Und ein Informatiker hat mal das Beispiel gebracht, das ist für ihn wie ein Update. Einmal im Jahr. Wie bei einem Rechner, dass man auf den neuesten Stand gebracht wird. Ich meine, prinzipiell ist das ja eine gute Sache, sich einfach mal rückzubesinnen und ein bisschen Einkehr zu halten und natürlich auch ein bisschen zu reflektieren. Wie hört man denn dann mit dem Ramadan auf? Also der Monat endet und ich esse jetzt wieder und das war's? Oder wie? Also es soll nicht nur darauf aufhören. Also man hört damit auf, auf Essen und Trinken zu verzichten. Aber alles andere, dass man gesagt hat, ich intensiviere meine Gebete, ich bin dafür da, dass ich jetzt einem Streit aus dem Weg gehe, dass ich weniger spreche, dass ich all diese Sachen mache. Die sollen ja natürlich mit Ende des Monats Ramadan auch nicht beendet sein, sondern man darf zu essen und trinken. Aber alles andere soll ja dazu dienen, dass man es auch über die restlichen elf Monate dann einhält. Aber es gibt ein großes Fest, wenn die Zeit der Entbehrung vorbei ist, das sogenannte Fastenbrechen. Richtig. Das ist dann für drei Tage nach dem Ende des Monats Ramadan. Das wird dann groß gefeiert mit der Familie, für Geschenke, für Kinder, mit Süßigkeiten etc. Das wird dann für drei Tage lang gefeiert. Ist das dann ein Fest, weil man feiert, dass man diese entbehrungsreiche Zeit bestanden hat? Oder ist das auch ein bisschen für viele, jetzt hau ich mal wieder richtig rein? Nein, eher das Erste, dass man sagt, man hat etwas überstanden oder bestanden oder man hat ein Gebot, was Gott von einem verlangt hat. Man hat es einhalten können, man hat es geschafft, einen Monat auf etwas zu verzichten, was man eigentlich gehabt hätte. Und das ist eigentlich der Grund zu sagen, okay, ich habe diesem Gebot, habe ich Gefolge geleistet. Herr Amat, wenn ich jetzt sage, das fasziniert mich, was Sie da erzählen, ich bin jetzt allerdings kein besonders religiöser Mensch, vielleicht bin ich ja ein spiritueller Mensch. Kann man sich denn anschließen? Ja, selbstverständlich kann man sich anschließen. Kann ich denn auch mal einen Monat sozusagen Entbehrung üben und eine innere Einkehr? Ja, selbstverständlich. Also wie gesagt, das ist nicht nur für Muslime. Für Muslime ist es vorgeschrieben, aber auch jeder andere Interessierte ist natürlich eingeladen. Wie Sie sagen, wenn jemand interessiert ist, das aber noch nie gemacht hat, dass er es vielleicht am Anfang nicht den ganzen Monat macht, sondern vielleicht auch nur ein, zwei Tage, um sich anzugucken, wie geht der Körper damit um, wie fühlt man sich, ist natürlich jeder dazu eingeladen, damit zu machen. Wie ist das, kriegt man Unterstützung, mentale Unterstützung bei Ihnen? Tun Sie das teilweise auch gemeinsam, den Ramadan verbringen, um sich so ein bisschen gegenseitig zu stärken? Also die Gebete, habe ich ja gesagt, sind intensiver. Viele Leute gehen dann im Monat Ramadan noch mehr in die Moschee, um auch mit anderen zu beten, was auch eine mentale Unterstützung ist. Insbesondere das Abendsgebet, also nach dem Fastenbrechen, nachdem man gegessen hat, wird meistens zusammengebetet in der Moschee, wenn man jetzt keine Moschee hat, dann vielleicht mit anderen Nachbarn oder Leuten, die in der Nähe wohnen, in einer Wohnung. Und das ist dann auch schon eine mentale Unterstützung, dass man sagt, wir haben das gemeinsam gemacht. Und auch das Fastenbrechen, also das Abendessen, wird öfter mit Familie gemacht, auch mit Freunden und Bekannten. Ich habe viel jetzt über den Ramadan gelernt. Morgen geht es los. Ganz kurze Frage noch zum Schluss. Gibt es heute Abend noch mal Pizza? Heute Abend gibt es keine Pizza. Es gibt heute Abend, beginnt ja schon das Gebet. Und wie gesagt, es ist ja nicht etwas, was man sagt, ich versichere jetzt wirklich auf Essen und Trinken und wie überstehe ich den Monat, sondern es ist wirklich das Spirituelle und man hält es aus. Ich glaube trotzdem, einige essen abends nochmal Pizza. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Fasal Amat, und uns erklärt haben, wie der Ramadan eigentlich genau funktioniert und was es damit auf sich hat. Liebe Zuschauer, das ist es gewesen an dieser Stelle von unserem Nachgefragt. Morgen beginnt der Fastenmonat Ramadan, eigentlich auch schon heute. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse.